so das musste sein und ja wo waren wir stehen geblieben genau also erst mal herzlich willkommen zurück bei let's play 500 jumps to success oder so warum ich jetzt noch mal paddling hier ist weil ich hier dann mehr anlauf ab was höchstwahrscheinlich auch keinen Sinn ergibt weil ich von hier anlauf brauche wozu anlauf immer noch runter fallen kann schade dass keine folge mehr mit jonas rausgekommen ist wurde halt aus zeitlichen gründen nichts leider aber dafür habe ich ja den tag vorher aber das wird sich auf jeden Fall wiederholen irgendwo mal wenn er jetzt Zeit hat und ich Zeit habe und vor allem ich Zeit habe und hey warum der scheiß kack nimmt kein anlauf so ja ja nein das geht ja schon gut aus ach ja herrlich over 9000 nein eher gesagt no man der hat auch schon ausgelutscht ne over 9000 wir haben welche grenze jetzt erreicht hat 150 jams ne gott das kann ja noch heißer werden hey so hey so hey so kunstens werden ja 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 ok ok ah 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 ich hab's einfach total drauf leute also ähm ja und wer der Boss ants画em ja komm imagax denn da no selbstüberschätzung es nie gut merkt ichshow vor allem nicht beim ok k lobbying wenn ich da hochkomme, ich krieg's kotzen, Alter. Naja, wir haben ja Zeit, das wird wahrscheinlich das längste Let's Play, was ich je, oder was ich rausbringt werde in meinem ganzen Leben. Es sei denn, ich mach später mal so ein Let's Play, so richtig. Alter! Also ich schätze 50, 60 Folgen werden das schon werden. Naja, oder, oder, oder. Also, auf 100%, 100% werden es mehr als 30. Also ja, komplett 50, so. In welcher Folge bin ich jetzt eigentlich? Oh, nein. Ich muss noch kurz was gucken bei Dexterity, ob ich überhaupt mit Sound aufnehme. Ja, das ist gut. Weil das habe ich ja schon mal gebraucht. Und, ja, ich bin wohl nochmals aufbezogen. Oder so rumzustrecken in den Magen. Oh, für 9000! Mann! Gott, was ist das denn? Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Das schaff' ich doch never! Ja, das war sehr entgegen, dagegen zu springen. Vielleicht redet der Stein ja mit dir... ...wenn ich gehen. Dieses Geräusch geht mir schon so auf die Eier, ey. Und, ja, 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 ja! Hä? Jetzt mal hackt's halt. Auch mal nicht Anlauf nehmen. Und da ist der Anfang. Also, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und, ja, 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 ja. Und, ja, 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 ja. Was ist zur Hölle... ...wiss? Na, egal. Werden wir früher, höchstwahrscheinlich später erfahren. Also, früher oder später, höchstwahrscheinlich später. Na, ich weiß vielleicht mal. Hoffentlich. Sonsten habe ich's, glaube ich, ganz schön verkannt. Ja, Routarus. Ja. Wow. Zerbock nicht, zerbock es nicht, Martin, zerbock es nicht. Ich sollte sagen, verpock es, Martin, verpock es. Dann schaffe ich das, nur hab ich so das Gefühl verdammt. Kacke, Mann. Wow, das war awesome, knapp, Mann. Am besten auch im Bett und wenn du weißt, gerade schlafen, dann kommt der Spawns-A-Federgang. Der Spawns-A-Federgang. Oh, mein Mann, verhauen wir uns. Hervorragend. Yeah. Wir nehmen bestimmt wieder eine Folge, die gleiche Situation immer wieder auf. Naja, spurt vor, wenn ihr nichts zu tun habt. Und ich mein, spurt vor und wenn ihr nichts zu tun habt, guckt es euch komplett an. Ah, Bange in your face, Alter, der Watz. Habst du das Gefühl, dieses Let's Play, also dieses Let's Play, kommt gut an? Weil diese Map ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt alt. Ich glaube, die ist etwas Neuer. Etwas Manuel Neuer, weißt du Bescheid und so. Und ja, es bockt auch eigentlich, wenn man nicht undauernd verrecken würde. Ja, komm. Ja, ich erzähle jetzt mal ganz kurz was nicht. Also, ich wollte gleich was erzählen, wenn ich wieder unten bin. Aber das mache ich. Oh, ich habe kein... Was ist denn das? Na ja, ich wollte erzählen, wir haben gerade, oder heute hatten wir in Deutsch, so, äh, halt. So, wie heißt das hier, äh, Akzente nicht so nennen. Wie heißt denn das? Ihr Sächsischer Rund. Was hier, weißt du? Äh, jetzt glaubst du mir, wenn ich das vorhin nicht anhörde. Äh, boah. Akzente noch nicht, Mensch. Alter, wie heißt denn das? Ähm. Ähm, Alter, glaubst du mir, wenn ich das hier ein? Dieses Wort? Ähm. Dialekt, genau. Haben wir heute gerade gehabt, so, weißt? Und... Ich finde ja Sächsisch so ziemlich den geilsten Dialekt, so. Weil... Ich... Ich weiß, ich habe keine Ahnung, aber wenn ich mich in Sachse kann mich anbrüllen, ich würde feiern, weil ich... Ich finde diesen... Dialekt... Dialekt... Was ist Dialekt? Akzent? Akzent? Was heißt denn der Kack, Alter? Wie ein Witz? Akzent oder... Akzent? Das war ein Akzent. Dialekt? Akzent? Akzent, du hast das richtig, oder nicht? Scheißegal. Ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, äh... Egal. Ähm. Ich könnte mich den ganzen Tag vorhin hinsetzen und den zuhören beim Labern. Allein L-O-Trix dürfte viel ein Begriff sein, der hat ja auch einen Akzent. Und... Der könnte irgendwas, irgendwelche Gülle erzählen. Ich würde mich da hinsetzen und feiern, ey. Ich weiß nicht. Das... Ist... Ich... Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich das so geil finde. Ich verstehe zwar meistens kein Wort. Wir haben so ein bisschen Verwandtschaft, also ganz schön viele sagen so. Aus... Sachsen. Und ein Familientreffen so halt gehabt. Und, ähm... Musst ihr euch so vor... Oder müsst ihr euch so vorstellen, ähm... Meine Familie, also Mutter, Vater, meine Schwester und Roman und Opa und ich. Und dann auch ungefähr so 30 Sachsen. Und wir, oder ich, eher gesagt, saß dann da am Tisch. Die haben sie unterhalten. Ich so, hm, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Und ich habe echt überhaupt nichts geracht, was die da gelagert haben, so halt, ne? Ich glaube, ich konzentriere mich schon wieder zu viel aufs Regen und verreckt hier andauernd episch. Episch ist es jetzt wahrscheinlich nicht. Aber Latex. Egal. Ähm. Ja. Ich war doch... Warum, verdammt? Ohne Witz. So, ich müsste jetzt eigentlich schon wieder eine Folge aufgenommen haben. So, jetzt schaffe ich es. Oh, vorher drüb' so... Oh, ich kann auch nicht was ganz gut sagen. Ich tapp de la telematte, aber das ist echt cool. Das ist wieder. Sorry. Okay, gut. No! Bääääh! Trickshot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017